Auf der einen Seite schafft Sport natürlich eine ganze Menge Vorbilder, auf der anderen Seite fördert natürlich auch Sport und die Identifikation mit Sport, erheblich die Identifikation mit diesem Land, in dem wir leben. Wir müssen schauen, dass die Kleinen auch ein bisschen was bekommen. Wir machen ja viel für die Fußballer, die kriegen ja sowieso so viel Geld. Und dann gibt es die Olympischen Sportarten und viele andere wichtige Begegnungen, die man unterstützen muss. Und insofern ist das eine ganz wichtige Aktion, stehe ich sehr dahinter. Also finanziell seit Anfang des Jahres einfach eine wahnsinnige Unterstützung. Nicht nur für mich, also auch für andere Sportler hier in Deutschland. Und ich bin überglücklich, dass das funktioniert hat. Natürlich ist es unheimlich wichtig, dass auch diese Sportler alle Unterstützung bekommen. Ich glaube, man sieht es ja auch gerade bei Olympia, bei Randsportarten, was für großartige Leistungen sie zeigen, wie viel Aufwand sie betreiben und welch großartigen und professionellen Sportler sie sind. Und überragende Menschen, was die dann eben auch für Leistungen gezeigt haben in der Vergangenheit. Und von daher gilt es, diese Leute und diese Randsportarten natürlich auch zu unterstützen.